Herzlich willkommen zu einem richtig lustigen Spiel, nämlich You have to fertilize the egg. Ja, wir sind so ein Spermateil und wir müssen schwimmen als erstes Ziel. The struggle for birth. Gravity in tertia Physik is like a round robin. The unburned shield is like a real number. It cannot be divided by zero. Think about that. Ja, also, denkt das. Was auch immer da steht, ich kann es nicht. Left and right arrow case to steer. Press up to speed. Okay. I'm swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I try to make a princess. Wir sind die einzigen Coolen. Wir haben einen Hut. Immer wenn der Hut weiß ist, dann können wir Speed machen. In a vagina. I try to make a princess. In a vagina. I'm swimming around in a vagina. I'm swimming around. Try to make a princess. Princess. Okay, mal schauen, ob wir es schaffen, als erstes ins Ziel zu kommen. Mal schauen. Mal schauen. Oh, oh. Der holt uns gleich ein. Aber der ist hässlich. Wir sind... Wir haben einen Hut. Wir sind einfach cool. Oh, oh. Nein, nein. Geh weg. Ich muss als erstes ins Ziel. Bitte. Geh weg. Prinzess. Haha. Wir haben es als erster geschafft. Juhu. Game over. The princess was burned. You won the game. But did you actually win? What about the others? Da 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 da. Da 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 da. Okay, dann spielen wir es gleich noch mal. Okay. I try to make a princess. Ich schwimme mal in eine andere Richtung. Hey cool, es geht sogar. Krass. Schwimmen wir einfach mal außen rum hier lang. Ich schwimme mal in eine andere Richtung. Ich schwimme mal in eine andere Richtung. Ich versuche eine Prinzessin zu machen. Ich versuche ein hässliches Kind zu machen. Wo ist denn das Ziel hier überhaupt? Okay, immer wenn wir die Wand berühren, dann bleiben wir stecken oder so. I try to make a princess. Die Musik ist so cool einfach. Und wir sind Erster im Ziel. Achso, die anderen. Game over. The princess was burned. You won the game. But did you actually win? What about the others? Ja, das war's mit diesem kleinen Retro oder was auch immer Spiel. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Tschau. Tschüssi Li. Fertilise die Egg-Chistolei.